Teil 4 meines Schreibens an Richter am Landgericht Barton vom 22.03.2024 Denn das habe ich der bösen Frau von Anfang an gesagt. Sie wusste immer, wer genau ich bin, so wie es ihr bester Freund Günther Behlitz wusste. Wer den Weg der Wahrheit geht, stolpert nicht. Mahatma Gandhi. Ich wünsche Ihnen, Herr Barton, Erleuchtung, denn als Richter kann man einfach nicht so ekelhaft geruppt sein, wie Sie es nachweislich tatsächlich sind. Sie sollten eigentlich auch Ihre Koffer packen und nach Sibirien auswandern. Da können Sie dann Nawalnys in den Tod schicken, bis Sie dabei einschlafen. Wissen Sie eigentlich, wie ekelhaft das ist, was die Justiz Münster für 13 lange, nicht enden wollende Jahre mit mir abgezogen hat? Ja? Können Sie sich das vorstellen? So, wie Sie, Richter Barton, mir meine Karriere vorsätzlich zerstörten, so revanchiere ich mich bei Ihnen und stempeln Sie mit heutiger Wirkung zur absoluten Lachnummer ab. Sie sind ein Witz. Ich danke Ihnen abermals für Ihr heutiges Schreiben. Sie sollten sich wirklich schämen, ein Totalausfall wie Kostolmann geworden zu sein. Gegenüber simplen ethischen Prinzipien. Oder kennen Sie unser Grundgesetz Artikel 3 Absatz 3 nicht, Herr Richter Barton, der ein fast Todesurteil und absolutes Unrecht in Form einer Zwangsräumung mit unterschrieben hat? Dass deshalb noch kein Blut an Ihren Fingern klebt, danken Sie das unserem allmächtigen Herrn. Das ist ebenso kein Witz. Ich werde heute sogar für Ihre hasserfüllte Seele beten, Herr Nochrichter am Landgericht Münster Barton. Amen. Mit freundlichen Grüßen Siegfried Schmidt-König alias Marc Bellinghaus. Ich lege Ihnen meine beiden Petitionen ans Herz. Außerdem habe ich in kürzester Zeit jetzt 188 Stahls Beweisvideos hochgeladen. Und als Inhaber eines gültigen Presseausweises können und dürfen Sie das mir auch nicht verbieten. Aber sicher finden Sie auch schon wieder eine Ausnahmeregelung. Denn bereits der kinderschändende Dalai Lama, den ich eigenhändig und wahrscheinlich als einziger in der Welt im Polizeipräsier Münze angezeigt hatte, sagte immer in seinen Weisheiten, man muss die Gesetze genauestens kennen, um sie brechen zu können. Dalai Lama. Und genau das macht die Justiz Münster mit mir seit 13 Jahren. Nichts anderes tun Sie hier in Münster mit mir und so, als wäre es das Normalste von der Welt. Dann habe ich hier ein Foto von Herrn Markus Lebe, dem Oberbürgermeister von Münster, zusammen mit dem Oberbürgermeister von Kiew, Herrn Vitali Klitschko, auch als Weltboxer bekannt, der meine Peace Wings, die Friedensflügel am 15.09.2023 in Empfang nahm und sich dafür bedankte, freute, seine Faust hochreckte und es wirklich genoss meine Kunst. Und ich muss mir hier von so einem Richter wieder eine Abfuhr erteilen lassen, dass ich tatsächlich ein respektierter Künstler bin. Sehen Sie an dem Fakt, dass der Oberbürgermeister von Kiew, Herr Vitali Klitschko, am 15.09.2023 neben OB Markus Lebe meine Kunst dankend annahm und lächelnd vor die Kameras hielt. Diese wunderbaren Friedensflügel sind jetzt mit meiner Friedensbotschaft bei einem anderen ehemaligen Schauspieler, so wie ich es vor Münster noch war, nämlich dem Präsidenten der Ukraine, Herrn Volodymyr Zelensky. Ende der Lesung Ich bitte die Justiz, Münster und alle, die das hören, die dazugehören, darüber nachzudenken und sich endlich selbst anzuzeigen. Der Van Mollert sollte ihn allen, allen noch im Gewissen liegen, wenn sie eins haben.